herzlich willkommen zurück zur let's play secret of mana ja wir sind jetzt wieder am kanonireisebüro und es wird zeit dass wir uns auf dem schnellsten weg und günstigsten weg für 50 jam aufmachen zum wüsten palast allerdings quellendorf elfenteich das ist nicht genau das was wir brauchen ja zum elfenteich auf ins kanonireisebüro das ist nicht genau der dahin wo wir fliegen wollten auch vielleicht gucken wir einfach mal wo wir hin und wir haben damit eine vespa schlagen ja fast so allerdings ist das hier immer noch nicht richtig und moni hängt schon wieder werden wir einfach mal mit aqua oder aquarina oder wie auch immer die heißen markt diese 200 jahre alte wassertempel mühterin reden vielleicht weiß die ja genau wo wir lang müssen ich habe mich gerade ein bisschen ich dachte eigentlich könnte jetzt mit dem kanonireisebüro direkt dahin fliegen aber anscheinend geht das gerade nicht nein das war falsche der zurück ist mit lang hexen welchen elfen teich dann würde ich sagen lieber hier lang so noch mal das kanonireisebüro flugreise wasserpalast pandoria wasserpalast zum wasserpalast guten flug auf in die kanone herzlich willkommen zurück ja wir hatten eine kleine technische panne deshalb habt ihr die wunderbare landung hier nicht gesehen aber immerhin sind wir jetzt wieder hier vorm wasserpalast und fragen doch einfach mal wo wir lang müssen vielleicht weiß ja hier jemand wohin es geht oder so einmal ich weiß ja wo es geht eigentlich und zwar zum feuerpalast nach oasia aber ich habe keine ahnung wie ich dahin fliegen kann aber vielleicht ja einer von dem aus dem rat der ältesten oder zumindest einer der ältesten könnte es wissen hier nein du da ich gebe dir kraft das spiel speichern nein niemals auf ok das war nicht gerade das was ich erwartet habe dann wird es wohl so sein dass wir einfach alle kanonireisebüros abfliegen müssen bis wir irgendwann mal eine auswahlmöglichkeit bekommen haben die sagt hier lang bitte hier geht es zum feuertempel oder zur wüste oder wohin auch immer allerdings hier ist es schon mal falsch so hier wasserpalast nein wir brauchen das nächste kanonireisebüro wir machen alles platt was uns auf der weg begegnet du die du die du hey wo geht es hier lang wasserpalast quelldorf doria guck mal ob wir wieder ins quelldorf dürfen kanonireisebüro hier ok wo können wir hier hin fliegen wasserpalast hochland hochland kriegt doch mal gar nicht schlecht geht durch die vier jahreszeiten um ins hochland zu kommen auf in die kanone oder bin ich vorher mit dem falschen kanonireisebüro geflogen das kann natürlich auch sein also wir sind jetzt im kanonireisebüro das ist kann die reisebüro im vier jahreszeiten wald vielleicht gibt es ja noch ein anderes mal schauen ja durch sie ist ja auch im süden wir sind jetzt eigentlich vorher relativ weit nach westen gereist so wo sind wir hier hier lang mädels ihr könnt ein bisschen stelle laufen gut ich frage mich immer noch wo es hier lang geht aber immerhin wir haben wir heute heute da wünschen ich finde ich schon wieder total verwirrt ich finde ich schon wieder total verwirrt so und meine waffe ist wieder gestiegen jetzt erreicht sie level 3 und hier lang ich zeige es den blumen wurde aber hängt nicht einschlag hat getroffen ich glaube nicht okay ich fand hallo irgendjemand muss mir jetzt mal das kanonireisebüro zu schicken so jetzt hier vielleicht lang zum kanonireisebüro wobei normal sind kann man die reisebüro ist immer auf der rechten seite einfach wegen der ausrichtung der kanone bisher aber vielleicht ist es ja hier nicht der fall und moni hängt wieder am baum fest hier lang moni alles sieht doch ja jetzt haben wir das richtige kanonireisebüro gefunden ja sandala und da gibt es auch die weihnachtsl wunderbar zur wüste ganz schön weite strecke na dann kommt auf in die kanone wir haben eigentlich die richtige gefunden juhu und zack ja das sieht doch eher nach wüste aus ich bin voller seite geht wirklich toll hier keine panikmädels wir suchen gleich die nächste stadt aber vorher nehme ich mir erstmal schwert 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 hier und ich verabschiede mich jetzt von euch weil nach diesem ganzen hin und her fliegen ich habe gesehen wir haben da einfach ein bisschen bock mit gebaut verabschiede ich mich jetzt von euch bis dahin macht's gut und danke dass wir zugeschaut haben